Hallöchen und Purupürchen, hier zu einer weiteren Aufnahme vornehmen, Minecraft Staffel, äh Minecraft Battle Staffel 7, herzlich willkommen Qubi und Plusetsplayer am Start. Warte, ich hab gerade voll die Lacks gerade hier, man von der Folge. So, ähm, mach dir das Eisenschwert rein und kill alle Mobs nur mit dem Eisenschwert. Warte, Eisenschwert. Nein, 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 ich hab's dir gemacht, John, du hast es im... Ja, ja, klar, ich weiß. Achso. Musst du jetzt gerade nur draufkriegen, damit die Lacks endlich mal weggehen. So. Oh, den nehm ich wieder mit. Und zwar einfach nur, damit du das Eisenschwert nicht damage. Also, für Mobs und so killen, nur das... Ah, warte, lass da lang jetzt. Ja. Dieses komische Kackbio. Vielleicht lauf dir erstmal hinterher. Und ich bin mal gespannt, wie viele jetzt eigentlich oben an der Oberfläche sind. Wahrscheinlich alle. Also, glaub ich eher nicht, weißt du nicht warum? Weiß es, du siehst ja die ganze Zeit Kämpfe und Wolle wurde abgebaut und alles. Nee, ich glaub jetzt, dass keiner oben ist. Ja, hier hat jemand Redstone gesetzt. Äh, ansonsten heißt es doch immer, äh, mach mal bitte Regen aus. Hallo, mach mal Regen aus. Deswegen glaub ich nicht, dass die grad alle oben sind. Also, Endshaft. Äh, warte. Ich seh dich gerade über... Überhaupt nicht. Ja, ich bin auf der... Oh, hier ist Karkurensohn-Skelett. Stirb doch. Stirbspinne. Wir dürfen jetzt nicht so viel Aufsehen erregen hier. Hier. Hallo? Ja, ich hab dich gesehen. Kommst du? Okay. Hab jetzt gerade hier noch ein paar Mops gekloppt. Okay, also gleich auf jeden Fall auch nochmal an mich die Erinnerung, beziehungsweise an die Zuschauer. Wenn wir gleich jemanden sehen, nicht wundern, wenn ich dann auch schreien sollte. Ja, aber nicht direkt, ja genau. Erstmal richtig wegrennen und so richtig Pussy-Style erstmal anmachen. Richtig. Ich guck auch gerade immer stehen... Beziehungsweise Safe-Style, so. Und wir müssen jetzt unbedingt eine Wolle platzieren. Ich nehm jetzt da gerade auch schon wieder ein bisschen was her. Aber pscht, hab ich nicht gesehen. Wollen wir das gleich hier irgendwo machen? Bist du den Berg hoch? Alter. Ja, bin ich. Hier unten. Unten, unten, unten. Unten links von dir aus im Prinzip, wenn du nach vorne guckst. Ja, hab dich gesehen. Okay, ich mach schon mal Slash-Bell live. Mhm. Ja, passiert immer die Wolle. Ich guck mal, ob ich hier irgendwen sehe. Nee, nicht hier platzieren. Komm bitte mit. Ja, komm. Ja, ich wollte gerade nur gucken über die Berge, ob ich jemanden sehe oder sowas. Ja. XP-Klauen! Ähm... So. Eine richtige Kack-Stelle finden. Aber merkt auf jeden Fall schon, dass wir viel, viel konzentrierter spielen. Was hältst du von hier? Dass wir jetzt nicht so viel labern. Äh, du bist jetzt hier unter dem Berg. Ich hab dich jetzt gerade noch gesehen. Alter, pass mal bitte auf. Ja, ich... Ähm... Ja, ist... Also, soweit es hier mit dem Plugin geht, ist okay. Alles klar. Ist auf jeden Fall auch Baum. Aber hier habe ich noch mal die andere Wolle platziert. So. Okay. So. Level. Zuckerrohr. Leder. Essen. Das sind unsere Hauptattribute. Gegner. Und wir sollen auf jeden Fall bei Sunn sein. Guck mal, jetzt wird es erst mal gesagt Regen aus. So noch mal doll. Wir sind jetzt oben. Okay. Ja, aber merkt ihr sicherlich auch, meine guten Zuschauer Cube und ich sind auf jeden Fall ein bisschen schweigsamer geworden. Versuchen uns auf jeden Fall gut zu konzentrieren jetzt mittlerweile. Mhm. Und ich glaube, so persönliche Fragen können wir echt machen, wenn wir am Main sind. Ja. Aber war trotzdem ganz cool, fand ich. Ja, ja, klar. Also können wir auf jeden Fall mal öfters machen. Sei es jetzt im Battle oder so, da nehmen wir jetzt einfach mal so eine Talk-Folge auf. Let's talk. Let's talk. Die Check-Stunde mit dem Cube. The Cube Factory. Nein, welche Factory hast du schon mal dein? Okay, nein. Oh Gott, also nee, nee, ich lasse das nicht lieber. Ich glaube, ich sollte mich hier wirklich wieder anstrengen, beziehungsweise zu denken und alles. Ist ja, glaube ich, ein bisschen besser. Vor allem, wie wenig hier sind. Warte mal, Wassereimer sollte ich mir noch mitnehmen. Fällt mir jetzt gerade erst ein. Hm. Also ein anderes Team ist auf jeden Fall mit Sicherheit noch draußen. Naja, Basti zum Beispiel, weil die gerade gesagt haben, so, Ey, yo, wie sieht's mit Dings aus? No. Oh, immer zwischendurch auch was essen. Ja, klar. Was ist eigentlich dein Lieblings-Essen, Mensch? Was ist dein Lieblings-Essen? Ich glaube, das nervt schon mal meine Zuschauer. Alles mit Nudeln. Also, keine Ahnung, ich hab kein Essen. Scheiß auf deine Zuschauer. Äh, nee, 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 weil, warte ich hinten, nein, auf gar keinen Fall. Weil ich, ähm, das schon so oft beantworten hab, also, Also, ja, mittlerweile ist echt so, ey, was dein Lieblings-Essen ist, Oh, nee, nicht schon wieder, Mann. Hör doch auf. Das ist ja echt so eine Trollfrage, so. Ach so, wie magst du Bratwurst, nur, äh, den Schaf eigentlich auch EXP? Ja, aber sau wenig, würde ich nicht machen, lohnt sich nicht. Ach so, wie viele hier ist, beziehungsweise Schafe hier sind, heilige Scheiße. Ähm, ja, also, im Prinzip mag ich alles mit Nudeln, also. Überall, wo ich Nudeln zu essen kann, ist geil. Aber immerhin bist du keiner, der beantwortet, Ey, yo, Pizza, Dinner, also wie jeder. Du magst Nudeln, das hört man auf jeden Fall auch ziemlich selten. Und was magst du denn? Äh, ich esse auch sehr gerne, äh, Nudeln mit Carbonara-Soße, ich esse sehr gerne Thunfisch-Salat, ich esse sehr, sehr gerne einfach nur Salate. Aber natürlich auch Fleisch, also ich bin kein Vegetarier, keine Sorge. Ich hasse, ich, 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 hasse Vegetarier, wenn ich ehrlich bin, immer diese Leute. Warum? Das kennst du sicherlich auch, ich hasse diese Art von Vegetarier. Ja, nur, welche sich dann so krass aufspielen. Genau, genau, diese Art von Vegetarier hasse ich über alles. Hört man immer, äh, wieso machst du das und das, da kannst du besser so machen und so machen. Das ist echt... Ich finde einfach, jeder sollte so, das macht das R für richtig, halt, einfach. Also in manchen Fällen so. Weißt du, was mich gerade wundert? Wir finden echt keine Wolle. Wir finden echt kein Zuckerrohr, das R hat mich ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen Zuckerrohr hatten wir. Da vorne sind Gegner. Eisen, Enchanted. Ähm, ich will nur gucken, ne? Ja, ja, ich hab jetzt gerade nochmal Sicherheitshalber was gegessen. Die sind achten, die sind hinterm Berg, lass mal von rechts flanken, bitte. Ich guck mal, ob ich die so schon seh. Ja, auf jeden Fall. Ich glaub, die haben Hinterhalt oder so. Schimmer. Ich glaub, die sind da vor... Ah, da hinten, die rennen. Okay. Ich will erst mal nur gucken, was die haben. Also Eisen, Enchanted, seh ich auf jeden Fall. Ja, ich versuch mir auf jeden Fall jetzt gerade zu konzentrieren, damit ich auf jeden Fall jetzt besser sitze. Und nicht, dass wieder einer von hinten kommt. Lass mal bitte auf den Berg, dann haben wir eine bessere Tosi. Wie die. Na, ist so wie es wahrscheinlich, dass die dann Dingens haben, Bögen. Ne, einfach nur so um den Berg rum flanken, sozusagen. Achso. Weil, wenn ich ehrlich bin, ich hab die jetzt, glaub ich, schon wieder verloren. Meinst du, die haben uns entdeckt? Jaja, klar. Ich glaub, also der eine hat gesneakt mich angucken, jetzt sind die ja komplett in die andere Richtung gelaufen. Die wollten da hinlaufen, wo wir grad hingelaufen sind. Achso, okay. Und ich glaub, das eine war Basti. Zockt. Mhm. Ah, wie gut waren die jetzt? Weiß ich jetzt gerade im Ernst auch leider nicht mehr. Weiß es nicht. Also Raptor ist nicht schlecht. Sollte man nicht unterhalten. Da ist Zuckerrohr. Ja, das bockt mich grad viel mehr. Okay. Ja, ich guck jetzt grad nur bis hinten. Das ist nämlich das erste Buch. Und da hinten ist auch der Spawn. Luz, wir sind ein bisschen weit auseinander. Ja, ich hab's grad nochmal nach hinten geguckt, aber da scheint jetzt auch keiner zu sein. Aber ich bin auf jeden Fall noch bei dir in der Nähe. Okay, wir machen das jetzt so. Ich muss craften. Mhm. Ja, ich pass dann auf dich auf. Okay, ich crafte jetzt. Jo. Okay, die scheinen auf jeden Fall da hinten abgehauen zu sein. Auf dem Berg? Nee. Auf dem Berg hat sicherlich auch jemand seine Wolle versteckt. Hundertprozentig. Ja, nice. Also, denk, also, das war jetzt nicht so gemeint, aber wahrscheinlich. Also, so denk ich das mal. Ich hab Shab 2, dir willst du's haben? Äh, nimm du's. Oder kannst du mir auch geben, dann tauschen wir eben Schwert. Ja, dann nimm du erstmal. Na, ich hab das mit Knockback, ne, übrigens. Weißt du nicht, ob du das meinst? Ah, ja, dann... Da würde ich doch lieber... Fiel mir jetzt geradeaus spontan ein. Danke. Nochmal Rollentausch, damit ich's einmal in der Hand gehabt habe. Ja. Okay. So. Und genau so machen wir das nämlich jetzt. Mhm. Das ist mein Shab 2, jetzt machen wir deins auch Shab 2. Also, Augen offen halten. Äh, Augen und Ohren. Zuckerrohr. Ähm, das brauch ich nicht. Doch. Okay, komm weiter. Ja, da ist auf jeden Fall noch keiner hier. Ne, wahrscheinlich gerade echt vor uns geflohen. Ja, glaub ich schon. Also, ich glaub, die haben einfach unser Fuldi gesehen. Unsere Schwerte unterschätzt. Na. Ja, ich hatt die ganze Zeit nur Eisenschwert raus. Nur einmal ganz kurz der. Ja, ja, ich... Und ich lauf jetzt immer die ganze Zeit mit Eisenschwert rein. Die ganze Zeit und halt rechtsklick gedrückt. Da merk ich nämlich, sobald ich essen muss. Könnt ich dir auch empfehlen. Ja, stimmt schon. Ja, stimmt. Ist eigentlich ne ziemlich gute Idee. Weil, sobald du halt... Ich fühl mich mit Schwert immer so ein bisschen sicherer, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, klar. Aber du kannst ja changen. Lass mal... Aber warte, lass die Runde mal vollenden. Das war grad dumm, dass wir jetzt abbrechen und eine andere Route laufen. Okay. Wir müssten schon... Äh, also einfach nur dadurch, dass wir jetzt in einem anderen Takt laufen wie die anderen. Mhm. Aber warte mal, übrigens gerade hat jemand gekämpft. Wie ist Steve? Wurde er erschlagen, glaub ich. Und Liscario wurde erschlagen. Ja, da hinten stehen welche am Sworn. Kann ich auch mal abstauben, ey. Ich will jetzt noch einen Kill in dem Battle machen. Mindestens 20. Oder 300. Oder 300. Das ist... Ja, was ist... Wollen wir da oben uns noch Schneebälle mitnehmen? Ja. Na, jetzt bist du schon wieder vorne backt. Genau, das wollte ich auch haben. Du bist bei mir jetzt grad wieder stehen geblieben. Ich bleib stehen. Oh Gott, ey. Einfach, wenn ich stehen bleib, dann sag einfach sowas wie, bleibst du stehen? Und dann sag ich nein. Und dann sagst du okay. Okay, klingt nach einem Plan. So, hinter uns ist jetzt keiner gefolgt. Ich glaub, ich hab da einen Namen gesehen. F5 Action. Hier so gucken. Du mal so ein bisschen hinter uns. Na, hinter uns ist soweit niemand. Auf der anderen Seite jemand? Nee. Okay. Hier ist safe. Klar, dass die letzte Folge vor heute schreibt. Ey, das könnt ihr uns jetzt nicht antun hier. Das ist halt echt ärgerlich. Ich will nicht... Obwohl, für den dritten Aufnahme-Season können wir uns dann nochmal Kraft schöpfen, Alter. Und den Moment der Überraschung natürlich nutzen. Okay, dann lass jetzt mal grad noch Schneebälle machen. Ja. Einfach. Ah, verdammt. Ich hab keine Schlaufe dabei. Hier ist eine Workbench. Warte, ich kann die eine machen. Äh, ja, das wär natürlich... Ähm, Leak vor der Webbench. Einmal bitte nehmen. Ach da. Jo, danke dir. Ein paar Schneebälle hab ich ja zum Glück auch noch dabei. Und denkt dran trotzdem aufpassen. Wir könnten überall Gegner sein. Ja. Also ich glaub echt, dass... Vielleicht haben die sich hier einfach in den Bergen nur kurz einen Schutz gesucht und so. Vielleicht wollen die sich auch erst besprechen, so nach dem Motto, weißt du? Ja, weil die haben natürlich gesehen, der Cube ist natürlich auch um einiges erfahren und Cube sollte man auf jeden Fall auch in Eisenrüstung nicht unterschätzen. Aber die Blues ist mir natürlich auch nicht. Also, ähm, ich hab zwei Kills gemacht. Ich hab ein bisschen mehr Kills als Cube gemacht, ey. Nein. Nice. Aber... Du stehst bei mir immer noch rum, by the way. Ja, mach ich... Ich mach grad in... Okay. Ich mach grad mein Inventar. Ich mach grad so ein bisschen Inventar-Tetris. Inventar-Tetris. Ich find's so geil. Ey, sag mal, in der Staffel... War das die Staffel 4? Warte mal, ähm... In der Staffel 3 war das, glaub ich. Da warst du noch nicht dabei gewesen, ne? Ne. Da warst du, glaub ich, mit Tobi warst du, glaub ich, das erste Mal dabei in Staffel 4, glaub ich. Oder 5. Ja, ich glaub 5 sogar. Das war auch damals ziemlich genial, das kann ich ja auch mal so erzählen. Einmal an die alten Leute, die vielleicht das Staffel 3 überhaupt noch gar nicht miterlebt haben. Da hat auch jemand ne, ne, äh, ne Wolken-Base gebaut. Der hat sich einfach hochgebaut mit dem Team und einfach ganz oben einfach, äh, die Base gehabt. Mhm. Das war eigentlich auch ziemlich chillig. Da gab's dann auch ziemlich viel Action. Ne. Kannst du... Ah, ne, ne, passt schon. Also ich hab jetzt 10 Dinger. Also ich hab die... Also da war ich noch mit dem Darus in einem Team, da haben wir die Base sogar kurzzeitig mal übernommen. Und ich bin dann, glaub ich, irgendwann aus Versehen runtergefallen und, äh, da war dann... Oh, okay. ... das Ende. Okay, wollen wir von mir aus weitermachen? Welches Team ist da auf dem Berg? Was? Das, das... Die sehen uns, die sehen uns, die sehen uns, die sehen uns. Die sehen uns. Die sehen uns. Nein, halt die Augen offen. Ja. Und wo sind die? Ich glaub, irgendwo Richtung Berge, da irgendwo. Ich hab das jetzt grad nur im Chat gelesen. Ja, aber die haben recht. Also die meinen uns auf jeden Fall. Meinst du? Ja, na klar. Hä? Full D? Bist aufs Helm? Hä? Äh, außerdem, dass... Ich hab doch gesagt, ich glaub, ich hab Basti gesehen. Ah, stimmt. Hm. Komm mal mit, bitte. Warte kurz. Warte kurz, warte, bleib bitte stehen. Hier haben wir noch nicht hingeguckt. Da ist ein... Ich hab einen gelben Block gesehen übrigens. Was? 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 Ich weiß nicht, ich wurde eingegriffen. Ah! Renn, 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 renn. Ich hab ihn. Der ist tot. Alleine? Bist du alleine? Ich renne jetzt nochmal hoch. Ungefähr. Hab beide. Alter! Kannst du dich doch nicht so erschrecken, Mann! Alter, krieg mir. Was sind die Weiß? Okay, also graue Wolle. Ist richtig. Hier, wo ist der andere? Hast du Schaden genommen? Ja. Fuck. Wo bist du? Bist du unten? Ich hab denen ihre Wolle. Ich tausch instant um. Ich hol die gelbe Wolle dahin. Ist schon drin. Ja. Oh! War das jetzt gut, dass ich runtergerannt bin? Ich glaube schon. Ja, das war super. Das war super. Ich war jetzt gerade auf mich fixiert. Ich war jetzt gerade total baff. Oh, die sind raus. GG, schade. Echt? Sorry, Jungs. Ja. Oh! Warte. Ich muss auch noch... Alter, jetzt fick mich doch nicht hier, Zombie. Ich will doch nur GG schreiben. Okay, ich war gerade echt, ehrlich gesagt, ein bisschen gedings. Aber es war auf jeden Fall gut, dass du gesagt hast, renn weg. Ja. Einfach dann instant wegrennen. Bleib mal bitte da. Oder halt mich auf jeden Fall den Blick, falls hier doch noch Leute sind. Ja, ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich baue jetzt noch eine gelbe Wolle ab. Ich hab dich eher optimal. Seht ich gerade nicht. Ja, ich bin kurz runter. So, gelbe Wolle abgebaut. Hast du noch eine Wolle? Können wir tauschen? Nee. Okay. Wo bist du? Ah, da unten. Okay. So, das war's mit der Voren. Das war's noch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würden wir uns beide sehr über eine Bewertung freuen. Auch bei dir in allen anderen Folgen. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.